Stellen Sie sich einmal vor, Sie werden Manager bei den Niederländischen Eisenbahnen und Sie sollen die Pünktlichkeit der Züge erhöhen. Wenn man das so angeht, wie das in den meisten Firmen passiert, dann gibt man jetzt erstmal eine eingehende Analyse in Auftrag und stellt ein Projektteam zusammen. Das Team beschäftigt sich damit in den Ergebnissen der Analyse, arbeitet Verbesserungsvorschläge aus und macht einen Plan, wie man diese Vorschläge implementieren kann. Klingt alles ganz normal. Und dann wird das Ganze ausgerollt. Ausrollen heißt in diesem Fall buchstäblich, dass den Schaffnern und Lokomotivführern in noch mehr Details erklärt wird, wie sie ihre Arbeit zu machen hätten. Noch mehr Kontrolle, noch mehr Druck. Und im Endeffekt weniger Motivation, Engagement und immer noch nicht besonders pünktliche Züge. Denn wenn die Schaffner und Lokomotivführer nicht wollen, dann werden die Züge auch nicht pünktlicher. Sie können sich auch vorstellen, sie wären Mitarbeiter in einem Jugendamt. Sie sind das wahrscheinlich geworden, weil sie gerne mit Jugendlichen umgehen. Und inzwischen müssen sie sich immer mehr um Papierkram, immer mehr um Anträge und Formulare kümmern, so dass man kaum noch dazu kommt, sich mit den Jugendlichen zu beschäftigen. Darüber kann man sich dann ärgern, man kann darüber klagen oder es hinnehmen. Wie ganz viele Menschen, die Welt ist nun einmal so. Ändern wird sich dadurch nichts. Es ging auch anders. Unser Eindruck war, wenn wir ein Spiel draus machen könnten und auch noch jede Woche Zwischenstände des Erreichten zurückgeben könnten, dass wir damit eine Art Wettbewerbsmentalität schafften, die helfen würde, das Unmögliche zu schaffen. Wir nennen diesen Ansatz Spielen. Spielen ist dabei keine Aktivität, sondern eine Haltung, eine Perspektive. Wer spielt, verabschiedet sich von der Idee, jede Frage dadurch zu lösen, dass man noch mehr Kontrolle oder Druck einführt oder das Zuckerbrot und die Peitsche zückt. Wer spielt, setzt auf Leichtigkeit anstatt auf Schwere auf Spielräume zum Experimentieren, anstelle auf detaillierte Planung. Wenn man auf Spielen setzt, dann kann man die Pünktlichkeit der Züge außergewöhnlich steigern. Einmal hatten wir sogar die Pünktlichkeit um 7% über die Gesamtperiode erhöht. Durch dieses Spiel haben wir letztendlich 17,7 Millionen Euro wirklich dazu verdient, die wir auf eine andere Art nie hätten realisieren können. Oder man kann Wege finden, sich wieder mit denen zu beschäftigen, um die es eigentlich geht. Im Spielfaktor erzähle ich diese Beispiele und noch viele mehr. Alle als Illustrationen dafür, wie man die Spielperspektive auf die Arbeit anwenden kann. Denn wir sind schon lange an einem Punkt angekommen, an dem die traditionellen Wege, wie man Pläne verwirklicht oder wie man Veränderungen durchführen kann, nicht mehr funktionieren. Wenn man spielt, dann sucht man die Leichtigkeit, man experimentiert, man sucht Spielraum, man hat Freude an dem, was man tut und man appelliert an den Stolz von Menschen. Und das sind ungeahnt kräftige Katalysatoren. Der Spielfaktor beruht auf langjähriger Erfahrung. Man kann die Ideen des Buches sofort anwenden, man kann sich einfach nur inspirieren lassen oder Spaß daran haben, was passiert, wenn man die Spielperspektive auf die Arbeit anwendet, wie viel Spaß Arbeit eigentlich machen könnte und wie viele Resultate man erreichen kann. Wenn man einmal angefangen hat zu spielen, ist danach alles anders. Bis zum nächsten Mal.